Fun-Sport für Freestyler, Sportalternativen für Nicht-Skifahrer mit Spaßfaktor und Langlauf auf den Läupen der Weltmeisterschaften von 2005. Oberstdorf bietet eine Menge. Aber vor allem gibt es hier grenzenloses Pistenvergnügen. Alles über die Region und die Sportmöglichkeiten vor Ort im Outpro-Gebietscheck Oberstdorf. Das Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand ist eines der wenigen grenzübergreifenden Skigebiete Europas. Hier kann ich mich ganz einfach in nur wenigen Schritten von Österreich, Servus die Österreicher, nach Deutschland bewegen. Oberstdorf bietet über 76 Kilometer Läupen, von Höhenläupen über Läupen durch ruhige Täler, bis zu den Läupen hier im WM-Stadion. Wo der Thomas von der NTC-Skischule Oberstdorf seine Leute herbringt. Ja, wir bringen sie einfach gerne ins Stadion, weil es einfach ein bisschen WM-Feeling vermittelt. Und weil man auf den Superläupen hier im Oberstdorf rum einfach klasse laufen kann. Und bei so einem Wetter macht es auch wunderbar Spaß. Auf jeden Fall. Können wir gleich weiter. Können wir gleich weiter, oder? Ja. Der Gebietscheck Oberstdorf zusammengefasst. Die Pisten sind in gutem Zustand und vielfältig. Freerider kommen vor allem am Nebelhorn auf ihre Kosten. Es gibt zahlreiche Sportalternativen mit hohem Spaßfaktor. Die Lifte und Bahnen sind modern und bringen Skifahrer ohne Wartezeiten zu den Pisten. Auch das Hotel- und Gaststättenangebot kann überzeugen.